Die Natur ist einfach unvergleichlich. So frisch und so rein. Und das schmeckt man auch. Ein tolles Erlebnis. Kronbacher. Mit Felsquellwasser gebraut. Kronbacher. Eine Perle der Natur. Ja, aber wann lag es? Wir haben die ersten 20, 25 Minuten eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Und sind durch zwei individuelle Fehler in Rückstand geraten, die eigentlich nicht passieren dürfen. Wobei man dazu sagen muss, dass die Vierer-Abwehrkette in der Form, wie sie heute zusammengespielt hat, auch noch nie zusammengespielt hat. Und da kann es eben sein, dass es eine oder andere Abstimmungsschwierigkeiten oder Probleme mit der Abstimmung gibt. Und so haben wir dann eben relativ schnell nach 25 Minuten zwei Tore bekommen. Und dann macht es halt Waldorf auch gut. Hat die spielerische Klasse, um dann eben die Räume, die sich dann ergeben, auszunützen. Also insgesamt, klar geht der Sieg in Ordnung. Aber wir haben, glaube ich, drei Tore durch individuelle Fehler ermöglicht. Und das darf halt im Pokalspiel nicht passieren.